Ja, hi, willkommen, mein Name ist Danilo Elpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria, das Alisha DLC Part 4. In der letzten Folge haben wir die geheime Höhle betreten, die nach Kammland führt. Und ja, Simone scheint irgendwo hier zu sein und benutzt ihre Fähigkeiten, um Maltran, um die Gestalt von Maltran anzunehmen. Und ich habe schon wieder was vor der Aufnahme bemerkt, was mich schon wieder aufregt. Und zwar wurde schon wieder die Gruppenkonstellation geändert. Schon wieder ist jetzt Laila bei mir und Edna ist bei Rose. Warum macht das Spiel das? Und ja, eins nach dem anderen. Gucken wir erstmal, welches Level es ist. 104 mit 91. Warum so viel? Denn das ist extrem. Aber sie ist nicht stark, oder? Aber sie hat so einen riesigen Fokus. Ich weiß nicht, das muss eine Lösung sein, aber trotzdem, nein, weil es eben ja noch so ein nächstes Mal sehen wird, oder aber. Ist mir egal. So, erstmal wieder ändern. So. Macht das Spiel. Ganz aber. Bitte, sei nicht so stark. Dieser Angriff hat mich so aufgehoben, ne? Äh, dieser Kampf. Äh, Edna, ich muss mich ein bisschen weiter weggehen. Oh, voll. Ich dachte, ich weiß nicht, ich dachte. Wahrscheinlich werde ich hier verrägten Seat aufhören. Wie ihre blöden Lüste da, die uns alle wegkaut hier. Oh, Mann, ganz schnell, der Pellet, ey. So, wie ich das lange mit dem Kampf hier befassen kann. So, wie ich das lange mit dem Kampf hier befassen kann. Oh, Mann, ganz schön. Hab ich genug SA? Ich will meine Müsse gar nicht einsetzen können. Oh, sie ist schon leicht weg, das sehe ich gerade. Sehr gut. Gut. Sie muss auch schnell weg sein. Nee, du kommst doch dazu, deine Müsse reinzusetzen. Ehrlich. Oh, Mann, ey. Ich hab gerade alle so groß jetzt, ne? Ey, ich würde... Ich bin mir egal, ob die keine Herausforderung war oder so. Mir egal, ob ich zu stark war oder so. Ist mir vollkommen egal. Irgendwie möchte ich dich nicht kennen, sondern es soll einfach noch schnell vorbei sein. Hahaha. Hahahaha Ja. Sieg. Oh. 娘... あなたの力のおかげです こういう子みたい サイモンさん 失われた胸の大きさを 再認識をできた 待ちなって 知ってること 話してよ 娘 娘 お前も業を生んでいる これは除幕だ 喜劇か喜劇のな なんのこっちゃ サイモンさん 迷っているのではないでしょうか だから自分の目で見極めようと アリシャを? あなたもよ 気がかりだったのかもしれませんね 気がかりだったのかもしれませんね スレイさんと共に歩んだ方々は 今何を見て どこへ向かっているのか スレイと共に この汚れは 心の中に 一人に 行く ズル が とても 撃ち 一人に 持っているのも ここまでじゃない? ロセスさん Das war's für heute. Oh, das ist gut da. Aber das Wunschweig ist nicht möglich. Ich verstehe sehr gut, sehr gut. Das ist wirklich so schön. Ich glaube, dass meine Frau, die beiden Gäste sind noch immer... ...Eniche? Oh mein Gott, man hat sein Gesicht nicht gesehen. So lange er nicht entstellt ist, macht es keinen Sinn zu sagen. Warte, hab ich jetzt was bekommen? Ist das jetzt da, oder was? Aber ich kann ja nicht nach Katz Korner. Okay. Steh nicht, warum wir immer noch uns ist. Und mir heißt ja, ich muss ja zwei Sachen oder so verfehlt haben. Ich habe es nicht so schnell können wir es bekommen. Aber wir können ja nicht nach Katz Korner, ne? Also gehe ich jetzt noch nicht da hinten. Ich habe mal einen Sprechpunkt bekommen. Okay, gehen wir zu Sures Grab. Ne? Da wird es doch wahrscheinlich jetzt sein, ne? Der Grab-Style von Tsurei. Ja. 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 das ist mal bist du denn eigentlich bitte 30 sei die letzte stufe von geld und noch dann kommt es nicht mehr so dass die letzte stufe von geld und so weiter Habt ihr sie überhaupt informiert, Feuer, wer den letzten Kampf euch aufgemacht hat? Upsen! Sieht aus! Ich bin zu dem, was ich? Weil... Ich habe mich nicht vom, was ich nicht so gut machen. Ich bin nicht zu einem Rösen. Es ist wirklich anders. Sieht aus, wenn man stark oder schwer ist. Wo? Röse? Ich bin gerade, eine Frau. Ich darf es nicht überzeugen. Ich bin bist du. Ich bin nur ein bisschen geblieben. Aber ich bin immer ein bisschen zu verletzen. Ich bin immer ein bisschen zu verletzen. Na ja, noch ein Skipp. Ein Gottweiter. Jetzt aber ein Schwachigpunkt. Jenseits der Ängste. Ah, das ist ein großer Schuss, Naira. Nein, das ist nichts. Ich habe nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr. Was ich nicht mehr? Kann ich mir das? Ich ... ... was ich wirklich? Ich möchte mich als Herr, als政治istische, als erster, als erster, oder ... oder ... Ich möchte mich wie ein Mensch mit dem Menschen ansehen, als etwa der Mensch. Wie ich mich als Mensch, als Mensch, als Kind, als Kind. Ich möchte mich nicht mehr über den Antworten, die ich nicht mehr so gerne. Ja. Ich möchte mich als ein Mensch für den Stimmen. Ich möchte mich nicht mehr überleben, aber ich möchte mich nicht mehr überleben. Ich fühle mich sehr gut, was ich. Ich denke, dass ich wirklich keine Antwort geben kann. Ich denke, dass ich eine Antwort geben kann. Ich denke, dass ich auch sehr wichtig bin. Ich denke, dass ich auch mit Sleyi-San und Roze-San habe. Ich denke, dass ich das so mache. Ich denke, dass ich es so mache, dass ich es nicht so machen kann. Ich denke, dass ich das so mache. Ich habe meine Antworten zu finden. Ich bin sehr vici. Ich bin sehr schwer. Ich denke, dass ich nicht so mache. Okay, als erstes speichern. Und zwar hier. Und ich hoffe, die letzten Aufnahmen sind schon gut, das habe ich gesehen. Aber ich bin immer paranoid, wenn sowas passiert. Ja, was haben wir noch? Ganz viele Orte haben wir noch. Ah, in Hamburg. Na, einfach nur weiter, sorry. Ich kann den mal schauen. Der Tor ist nichts anderes, aber ich mache sie trotzdem auf. 20.000, das war nicht mal so schlecht. 2.000, das war nicht mehr. Was haben Sie das? ... 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 Ich habe mich nicht mehr so gut gehalten. Ich kann mich nicht mehr so gut sprechen. Laira, Frau! Geht gehalten ist, dass Geht gehalten und Geht gehalten wird. Geht gehalten ist, dass Geht gehalten wird, die die Städte der Städte von den Städte. Das ist das Geht gehalten von Geht gehalten. Und Geht gehalten wird, dass Geht gehalten wird. Ich bin mir nicht mehr gesehen. Was? Das ist ein Problem mit einer Naira. Dann muss ich, Edona. Ich will es erklären. Das ist ein guter Wettbewerb. Entschuldigung. Das ist kein Problem. Ich habe es nicht mehr gesehen. Glauben? Maud-Bowlが証明になったのは ハイランドとローランスが 戦争のいざこざに カムランを巻き込んだせいで その人の愚行に責任を感じた 先代同士の妹ミューズが 人柱となって道を封じていたのよ スレイとミボが ジージと呼んでいた 伊豆の王者ゼンライに 赤ん坊だったスレイとミクリオを託してね そしてゼンライは スレイとミクリオには 時が来るまで その事実を伝えないつもりだった 私たちはヒゲ猫 In welchen Chorlans und sich in den Wrens und Kaminek allen verklemmt. Leute, die Miko zu haben, sich die Geld für die Königin, als sie in den Hemen zu erzählen. Das war's für heute. Das war's für mich. Dann gehen wir erst mal! Ah, zuhör! Was? Was haben Sie gesagt? Nein! Das ist... Okay? Das ist wichtig. Wie gesagt, Rai-Ra, die vorhin gesagt haben, was Nol. 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 Es ist so weit, dass ich die Geschichte von Kamuran ausfüllen. Was? Es ist kein Mann, oder? Genau! Und dann haben wir die Hamen und die Hamen. Was? Guten Morgen! Guten Morgen, Rose. So war es wirklich gut, Mikurio? Was? Oh... Oh, Edna! Oh, ja. Vielleicht war es so schwer. Sie haben noch etwas gemacht. Ja. Aber... Sie haben die Mutter gefordert. Sie haben gesagt, dass sie vorhin zurückgebracht haben. Oh, ja. Sie haben keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin bereit. Rose, bitte. Was? es ist eine ehrlich und sagt was los ist deswegen mag ich ja schon mal die kraft eines spiels weil sie es auch ein merkwürdiger war die weißwesen zum richtigen zeitpunkt wann mal der mund aufgemacht werden muss oder noch mehr die packen die zehn gegner in ein gebiet drinnen gegen all die kämpfer wer richter zum trainieren frage aber kommen mit leonis habe ich nicht mehr seit jetzt ist noch sehr viel länger ich habe es nicht mehr so viel zu tun Das war die Schleimhäu und der Schleimhäu und der Schleimhäu. Das war nicht so, dass sie die Schleimhäuern verletzten. Warum hat Heldorf so geholfen, dass sie die Schleimhäuern so geholfen? ... geholfen... Die Schleimhäuern ist, dass sie die Welt verletzten. Im Moment wurde sie nicht von der Seine geholfen, dass sie die Schleimhäuern so verletzten. Sie hatten eine Freunde. Sie hatten eine Freunde. Sie hatten eine Freunde. Sie waren nur die Schleimhäuern. Sie hatten keine Freunde. Sie hatten keine Probleme. ok ja vom wegen hinter dieser will befindet sich so ja und drei vier gebiete weiter dann spreche ich mir immer so ein vogel so ein chicken nugget wird nämlich nicht getroffen super das ist ein feuchpunkt ja es hat einen schmelzziegler großheit der letzte schmelzziegler großheit da verstehe ich nicht meine es doch was dann ist er ja die lc um die traum gar nicht okay keine ahnung ich würde sagen den machen wir dann in der nächsten folge von let's play ich bleibe mich an als ich zuschauer und sagt tschüss bis zur nächsten folge ich bleibe mich an als ich